Rostet der Besucherzähler Ihrer Webseite vor sich hin? Kein Schwein besucht Ihren Online-Shop? Spielen Sie gerade mit dem Gedanken, irgendeinem Ranking-Guru tausende von Euros in den Rachen zu stopfen, damit er Ihnen die ersehnten Besucherscharen beschert? Sparen Sie sich diese sinnlose Ausgabe. Investieren Sie lieber in einen Bruchteil davon. Und Sie werden mit Sicherheit erheblich mehr Erfolg einfahren. Eigenhändig. Lesen Sie meinen Geniestreich, bekannt wie ein bunter Hund im Internet. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Grademacher und möchte Ihnen heute ein paar Anregungen zur Bekanntmachung Ihrer Webseiten im Internet geben. Einen solchen Praxisratgeber hat es auf dem deutschen Markt noch nie zuvor gegeben. Dieses Buch führt Ihnen mit einfachen Worten Schritt für Schritt sämtliche Techniken vor, mit denen Sie Ihre Seiten ruckzuck auf den vordersten Siegerrängen der Suchmaschineneinträge platzieren werden. Selbst als Neuling können Sie diesen praktischen Weg sofort selber einschlagen. Den Internet-Erfolg ist keine Magie, sondern einfach nur Methode. Genau jene Methode, die uns die großen Discounter wie Aldi, DM, Lidl oder Schlecker im wirklichen Leben vormachen. Sie müssen diese Erfolgsmethode bloß aufs Internet übertragen. Und das ist gar nicht so schwer. Staunen Sie, mit welch einfachen Mitteln und Methoden Sie Besucher gleich in Schwärmen auf Ihre Webseite locken können. Unheimlich? Mag sein. Magisch? Gewiss nicht. Vielmehr die konsequente Nutzung ganz natürlicher Phänomene wie Kleinanzeigen, Bannerwerbung, Newsletter, Autoresponder, Sammeln von E-Mail-Adressen, Pressemitteilungen, Produktinformationen, Fachartikel, Artikelbeschreibungen, und Beschreibungen, Twitter, Facebook, YouTube, Xing und alle anderen Web 2.0-Plattformen, Linklisten, Webportale und viele andere Internetquellen über das Discounter-Prinzip. Verdienen Sie gleichzeitig mit Ihrer Webseite eine Stange Geld über Partnerprogramme wie Affiliate-Programme, Amazon oder AdSense. Ihr Online-Shop und seine Artikel werden überaus begehrt sein. Bekannt wie ein bunter Hund verrät Ihnen alles, was Sie brauchen, um im Weltnetz Gesprächsthema Nummer 1 zu werden. Denn das ist in der Tat die wichtigste Voraussetzung für Ihren finanziellen Erfolg. Sie müssen sich im Web bekannt machen und dort an jeder Ecke zu finden sein. Ich, Wolfgang Grademacher, habe diese Methode knallhart getestet, indem ich Sie bei der www.erfolgspassage.com angewandt habe. In gerade mal drei Wochen konnte ich mit diesen Methoden das Page-Ranking dieser Homepage und meines Online-Shops von Null auf Drei hochkatapultieren. Inzwischen schaffte ich es auch, den Verbreitungsgrad meines Stichwortes Erfolgspassage von 1376 auf über 67.200 Internetquellen zu steigern. Geben Sie das Stichwort einfach mal bei Google im Suchfeld ein. Diesen Bekanntheitsgrad habe ich durch diese Methode inzwischen auf mehr als über 45-fach gesteigert. Das Resultat können Sie sich ausrechnen. Mehr Besucher auf meinem Online-Shop und rasant gestiegene Umsätze. Und nur, weil ich im Internet, bezogen auf meine Produkte, jetzt quasi allgegenwärtig bin. Machen Sie es mir einfach nur nach. Sorgen Sie selber dafür, dass Ihre Webseite oder Ihr Online-Shop bei immer mehr Internetbenutzern bekannt wird. Wenden Sie einfach mein Rademachersches Prinzip an. Je eher Sie das tun, desto schneller wird sich auch bei Ihnen der finanzielle Erfolg einstellen. Mit bekannt wie ein bunter Hund im Internet werden Sie Ihre Webseite im Rennen um die Gunst der Nutzer raketenartig an die Pole Position bringen. Setzen Sie einfach nur die Werkzeuge ein, die Sie auf der beigefügten, kostenlosen CD-ROM finden. Und folgen Sie den Empfehlungen auf dem 245-seitigen Buch. Dann wird sich Ihr Ranking nach drei Wochen ebenfalls in ungeahnte Höhen aufgeschwungen haben. Aus welch niedrigen Anfängen auch immer. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Online. Herzlichst, Ihr Wolfgang Grademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Einfach weltweit wirksam werben, sagte schon der bekannte Werbetexter Klaus Schanz. Bleiben Sie stark!